Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich eigentlich so richtig, denn wir haben jetzt endlich auf unserem ersten Video die 100 Klicks gepackt. Einmal kräftigen Applaus bitte! Okay, ich hoffe ihr habt jetzt diesen kleinen Satz berücksichtigt und habt applaudiert, denn ich wage mich jetzt als Trophäe die regnische Nacht hinaus. Ach, Scheiße, hier sieht man ja gar nichts. Ich warte mich wohl doch lieber ins regnerische Nether. Nee, wir wissen ja was passiert. Wir wissen ja sehr wohl was passiert. Ich komme irgendwo und nirgendwo wieder raus, wo wir wieder stundenlang suchen können und doch nichts finden. Böse Tür, die schließe ich morgen. Oder vielleicht auch nicht. Ich kann sicher auch gedulden, diese Tür. Okay, gleich ist morgen. Guten Morgen, meine lieben Leute. Meine lieben Zuschauer und Abonnenten, hier sind wir wieder. Am nächsten Morgen habt ihr schön geschlafen? Ich nicht. Ach, hatte eine relativ kurze Nacht, aber dafür habe ich heute auch keine Schule. Das ist besser so. Aber die letzten Tage war ich ja auch nicht in der Schule und konnte auch keine Videos rausbringen. Naja, ich bin krank leider. Hört man glaube ich noch so. Und außerdem hatte ich ganz schön viele Wirkreize. Ach, ja. Ich sage euch, ihr hättet es lieber nicht gehabt. Ihr wärt da nicht gerne an meiner Stelle gewesen. Aber was mache ich ja eigentlich gerade? Wo will ich genau hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Alter, habt ihr es auch schon mal gehabt? Ihr lauft durch die Gegend. Man merkt hier so. Ihr lauft, ohne dass ihr überhaupt wisst, wo ihr hin wollt. Und dass ihr ja noch einen Plan habt, wo ihr euch hinbewegt. Alter, was macht ihr Holz auf dem Boden? Baue ich ab. Dürft jetzt ein bisschen länger dauern. Bis gleich, Leute. Schade. Der Pause-Mod funktioniert gar nicht. Bis gleich, Leute. Jo, und hier sind wir wieder alles abgebaut. Frisch bei unseren Portalen. Und wir gehen jetzt... Sollen wir es wagen? Ja, komm, wir machen's. Wir nehmen eins unserer Schwerter mit und gehen abends näher. Komm, seit wann funktioniert denn diese Treppe nicht mehr? Okay, hopp, 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 hopp. Kannst du mal so die Truhe wechseln? Alter, ne volle Truhe. Das ist jetzt nicht, was ich gerade gut gebrauchen kann. Alter. Ach, die ist leer. Hier drin und drin ab. Und ich geh jetzt rüber. Keine Rüstung? Okay, gut. Macht euch bereit zu sterben, Männer. Hallo, willst du jetzt mal bitte da runter gehen? Alter, ich hasse das. Bewege dich jetzt. Dort. Runter. Danke. Nett. Alter. Gerade so angehalten. Okay. Up ins Nether, wie es jetzt heißt. Rein da oder stirb. Mach es oder stirb bei dem Versuch. Aber ich werde wohl eher dort drinnen sterben. Also bis gleich, Leute. Yo, also Schwierigkeitsgrad ist gerade auf voller Stufe. Ich sehe hier aber nicht, dass sich hier auch noch irgendwas bewegt. Ja, wir gehen so oft nach unten. Heute nehmen wir mal den Weg nach oben. Mal gucken, ob es was bringt. Ich glaube nicht, dass es was bringen wird. Da oben sieht es eher aus wie eine Sackgasse. Aber kann ja auch sein, dass man sich täuscht. Das ist sogar relativ oft so. Alter, was ist denn hier los? Nur ein brennendes Feuer und ansonsten Sackgasse oder was? Wann das doch nicht geht. Ein halbes Leben. Alter, ich habe überlebt. Habt ihr auch gedacht, ich wäre tot? Alter. Nee, da will ich jetzt nicht runter. Alter, ich habe gedacht, ich wäre tot. Auf in die Höhle. Jaaaaaaah. Pff. Ernsthaft. Ernsthaft. Steve ging in Flammenmorph. Okay, was soll das jetzt heißen? Ich will nicht in Flammenmorph gehen. Ich will nicht sterben. Okay, bin ich doch jetzt sowieso, sonst wäre ich nicht mehr hier. Ist da irgendwas drin? Ach, scheiße. Da. Ach, scheiße. Ich denke nie aufs Essen, oder? Ich muss mir mal Essen machen. Scheiße. Okay, okay, okay. Auf jeden Fall weiß ich nicht einmal, ob ich auf diesem Weg hier Essen antreffen werde. Wenn dann höchstens Schafe und Hühner und Schweine und so. Was aber ja noch kein Essen sind, sondern eher Tiere. Also dann bis gleich. Hier bin ich wieder ein unglaubliches Duell. Spinne gegen Hand. Wer wird gewinnen? Spinne gegen Hand. Nein. Nein, Spinny. Spinny. Wo bist du? Ich bin gewappnet. Oh, shit. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht gegen alles. Ich bin gegen Hand. Ich bin nicht gegen alles gewappnet. Okay. Wir schleichen uns jetzt an ihn ran, okay? Das nennst du Schleichern. Was hast du noch für Ideen, Philip? Ah, 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 ah. Alter, Philip das Skelett. Hier ist es. Was hast du für Ideen, Philip? Philip das Skelett. Renn doch nicht weg, Philip. Ach so, falls ich es euch noch nicht gesagt habe. Das Skelett heißt Philip. Nein, nein, nein. Nein. Philip hat mich umgebracht. Wo ist das Glas? Ah, da ist ja Glas. Ernsthaft? Man denkt wirklich im ersten Moment gar nicht, dass da Glas ist, oder? Wenn man sich das so anguckt. Warum ist doch kein Glas? Oh, da ist auch gar kein Glas. Nur direkt über mir ist Glas. Genau, so sieht es mit den Fenstern aus. Da ist doch gar kein Glas. Oh, doch, da ist Glas. Ich bin letztes Mal voll dagegen gerannt. Da hat mich immer so eine Falle gebaut. Innen war TNT und außen rum Glas. Man hat es nicht gesehen. Ich wollte davon... Platsch. Da war ich nur noch eine glatte Matsche an der Scheibe. Auf jeden Fall, danke, dass ihr alle so kräftig auf mein 100 geklicktes Video gegangen seid. Mittlerweile sind es glaube ich sogar 103. Alter, kann ich gar nicht glauben. 103 Klicks... 103 Leute haben sich auf YouTube auf mein Video verirrt. Wenn ich mir das mal so vorsage... 103 Leute haben sich auf mein Video verirrt. Anscheinend stehen die Leute auf Filmfehler. Filmfehler sind meine meistgeklickten Videos. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Auflage. Das heißt... Und ich habe sie nicht aus anderen Videos geklaut. Das heißt, die könnte ich ja auch nächstens mal rausbringen. Jo... Und damit... Das waren meine Ideen für meine nächsten Videos. Schreibt mir auch mal Ideen für nächste Videos. Oder für gespielte Spiele in die Kommentare. Wenn ich diese... Ah... Ich kam die Leiter hoch. Wenn ich diese vermalte Seite Leiter hoch komme, ist dieses Video auch schon zu Ende. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.